...Ideen, wegen wurde er ausgelacht, aber in nur einer Nacht hatte sie es dann erschafft. Er dachte lange, er hätte es nie so was gewacht, doch er zrattert und schnattert und flatterknattert und flackert. Sie ist am lausen und schnaufen und rauchen, es ist zum Haarlaufen, ihr seid Maschinen und es ist nicht einmal wahr. Ihre Entscheidung ist kein Hirngespinnt, ja klar, und kommt es dann raus, heißt, ihr habt wohl nichts gewusst. Aber werdet ihr schon während eures Einkaufs beeinflusst? Sieh mal Schatz, dieses Angebot ist ein Muss. Meinst ihr wirklich alle so blöd und schwimmt mit dem Fluss? Komm jetzt einfach mal auf, schwimmt dagegen um zu sehen, wenn ihr nicht jeden Scheiß mitmacht, es ist lebensschön. Okay, jetzt, nochmal.